Hi Leute und willkommen zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Wir haben ja letztes Mal den Schatz des alten Mannes gefunden, oder seine Sage, die er uns halt erzählt hat. Dass es mehr schöne Schätze geben soll. Wir möchten jetzt aber erstmal unser Pferd schnappen. Und ich hoffe, unser Pferd dreht nicht wieder durch und tötet alles. Das war so super. So, wo können wir denn hin? Wir wollten eigentlich nochmal... Oh. Entschuldigung. Bist es Pferd. Naja, gut. Wir wollten heute nochmal gucken. Ob wir nicht irgendwo noch einen Schrein finden. Ich glaube nämlich... Warte mal. Wenn wir hier weiter gehen... Hier haben wir einen Schrein. Da haben wir auch schon zwei. Ich glaube nämlich hier irgendwo ist einer und hier. Die hätte ich dann doch schon ganz gerne noch. Ich weiß nicht, ob das zwei sind oder nur der eine ganz oben. Werden wir sehen. Auf jeden Fall, letzter Part hat sich ein bisschen hingezogen, weil wir kein Krogblatt gefunden haben. Naja, wenigstens gab es ein bisschen Kämpfe und... Und... Ja... Ja... Gut. War nicht ganz so spannend, sag ich mal. Oh, Entschuldigung. Ich finde, die hätten die Karottenzeichen nehmen sollen. Anstatt die Sporen. Ja, man sagt ja immer, man gibt den Klepper die Sporen an und so. Aber irgendwie fand ich das mit der Karotte in Ocarina of Time ein bisschen witziger. So... Wir wollen... Irgendwo... Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen weiter, ne? Ja, oh, locker. Gut. Ich weiß, wir könnten uns auch irgendwo wieder hin teleportieren, aber dann wäre mein Pferd nicht da und dann müsste ich uns wieder abholen und... Ne, ne, machen wir lieber einmal. Ah, Moment. Moment, ich glaube, ich habe was gesehen. War ich gerade? Ne. Ich dachte, ich hätte irgendwas gesehen. Naja, dann halt nicht. Zack. Uah, das ist die falsche... Das war die falsche Tasse. Entschuldigung. Ey, da ist so ein Fischschild. Cool. Nein! Ich will doch Gas geben. Mach mir nicht doof. So, jetzt aber. So, wir sind auf dem Weg da lang. Das ist dann da. Wir halten uns leicht rechts. Das passt schon. Ups. Au, warte mal, ein Eichhörnchen. Ah, ich glaube, das war nichts, ne? Wir hatten schon mal ein Eichhörnchen gekillt. Und dann gemerkt so, irgendwie war das nicht so geil. Ich glaube, es gab noch eine Nuss oder so. So, mal gucken, was unser Radar angeht. Sollte ja bald soweit sein. Danke, Daruk. Ich gehe hier vielleicht von aus. Ja, wir haben keine Zeit für euch. Tut mir leid. Ich hoffe, wir haben echt was Brutales erfährt von allen abgekriegt. Es tötet einfach alles und jeden, was ihm im Weg kommt. Das war definitiv was hier. Autsch. Das ist nicht dein Ernst. Ah, komm. Blöder Typ. Oh, wir sollen hier runter? Wollte ich eigentlich nicht. Aber wir können es die Bananen schnappen. So. Oh, Fisch. Hä? Was ist denn jetzt hin? Da. Hm, naja, geil. Zack. Ups. Und wir haben es geschafft. Kein Dickerchen. Ui, du hast mich entdeckt. Tschüssi. So, was gibt es jetzt hier? Nichts. Kamen wir nicht von hier? Sind darüber gerettet? Klar. Hm, wir sehen uns im Kreis gelaufen. Was haben wir da? Nee, Pilze. Ich dachte gerade, das wären irgendwie Steine, um ein bisschen Geld zu verdienen, aber nee. Gut. So, wir gehen jetzt mal weiter. Glück gehabt, Stierchen. Oder Bulle, oder wie auch immer du dich nennst. Hm, der fuhre auch hoch. Cool. Ich fuhre eigentlich da hoch. Ich höre was. Kashiva. Wo ist der? Hört das auch, oder? Wo ist der Typ? Jetzt nähern wir uns. Hä? Wo ist der Typ? Oh, ein Schrein ist in der Nähe. Das ist ja eine tolle Geschichte. Äh, ja. Wieso rutscht der direkt runter? Was ist mit dem Ding? Ups. Einfach hoch. So. Ein bisschen auspendeln. Oder auch nicht. Gleich treffe ich mich selbst damit. Ich sehe schon wieder, komm. Wieso ist der jetzt langsam? Wieso rutscht der denn? Oh, ist das dumm. Ah, das ist so. Das ist richtig nervig hier. So. So wie der sich da gerade... Da. Wieso... Ich bewege ihn nicht mal und er... Ah. Das ist doch dumm. Ups. So. Ne. Keine Ahnung. Das ist doch dumm. Ah, da ist kein Schiefer. Hi. So. Ups. Das sehe ich noch viel weniger. Hm. Oh Mann. Kann nicht so schwer sein, zwei Steine hier raufzulegen. Wenn die nicht mal so runterrutschen würden, wäre es wahrscheinlich kein Problem. Das ist doch verarsche. Äh... Hätten darauf Bock, das zu machen. Da und er rutscht weg. War klar. Obwohl die Kette viel zu lang ist, als dass es irgendwas hätte auszulösen können. Nein, das lasse ich. Da habe ich keinen Bock drauf. Wow. Einfach nur wow. Okay. Den Krufe werden wir halt nicht kriegen. Das ist mir jetzt auch egal. So, was mit dir? Tief im Wald. Nanu, man reisen da so tief im Wald. Schön, dich wiederzusehen. Ist es dir wohl ergangen? Auch in dieser Gegend hier wird ein Lied überliefert, in dem der Held sich dem Prüfung stellt und sie überwindet. Und, möchtest du das Lied dieser Region hören? Klar. Mit Vergnügen legen wir los. Tief im Wald, der Schlangemund im Angesicht des Drachenschlund. Zur Heldenprüfung schlägt die Stund. Aha. Da müssen wir also in die Richtung. Mit dem tiefen Wald könnte der Damselwald im Norden gemeint sein. Doch noch nie sah ich dort etwas auch nur annähernd Schlangenähnliches. Von Drachen ganz zu schweigen. Das ist ein Mysterium, das ich in tausend Jahren nicht lösen könnte. Und denn, möge dein Weg von Licht erfüllt sein. Im Rachen des Drachen. Hey, komm her. Müssen wir kurz umdrehen. So, das hat hierhin gezeigt. Damselwald. Damselwald ist ja da. Was heißt? Entschuldigung. Wir müssen doch zu Fuß laufen. So, na, Ruin. Okay. Den Typen, den lassen wir auch einfach mal am Leben. Ja, ich komm her. So. Schreien in der Nähe. Wo ist jetzt der Schrein? Wo ist jetzt der Schrein? Lang? Wenn das Navi sagt, da geht's lang, dann gehen wir da lang. Wird schon passen. So. Wo ist es denn? Moment. Ach, so. Hm. Den Schrein kriegen wir auf jeden Fall. Danach gehen wir zum Damselwald. Ah, da haben wir was gefunden. Hui. Yep. Puma-Nittoschrein. Wenn da jetzt gar nicht der Puma drin ist, ne? Dann fühle ich mich verarscht. So. Untersuchen. Spezielle Bogen. Manche Bogen feuern mehrere Pfeile auf einmal ab und doch verbrauchen diese mächtigen Waffen pro Schuss nur einen Pfeil. Ja, und das ist ziemlich geil. Kann man nicht anders sagen. So, was ist unsere Aufgabe? Kraftprobeleichterung, oder so süß. Dann. Master Shred & Go, würde ich sagen. Viel Schaden machen die ja nicht. Guck mal, unsere Rüstung an beiden. So. Was war er denn jetzt vor? Keine Chance. Zu spät, Junge. Einfach zu spät. Sehr schön. Das war einfach. War ja auch nur leicht. So, was haben wir? Also, da haben wir schon mal einen Teleport. Dann müssen wir jetzt zum Damselwald nochmal... ...die Schlange... ...ne, den Drachen suchen. ...und Rachen des Drachen. Oder irgendwas mit einer Schlange. Boomerang. Och, nö. Ich will den Boomerang eigentlich gar nicht. Weil das genau was Sache ist, ne? Wegwerfen. So. Sehr schön. Yay. Wir haben einen Boomerang, den ich abgrundtief hasse. Moment. Hm. Na, gut. Ich wette, irgendwelche Pro-Gamer... ...komme mit diesem Boomerang am besten klar und zerstände damit alles, aber... ...ich bin sogar kein Fan davon. So. Wir haben seine Prüfung gemeistert. Wo, schon wieder drei. Und Leben. Perfekt. Teleportieren. Mit Hilfe der Karte. Auf dem Schika-Stein kannst du dich im Handumdrehen zu Schrein und Türmen teleportieren. Das machen wir am laufenden Band. Leider bleibt unser Pferd dann immer auf der Strecke. Naja. Irgendwas ist ja immer. Aber durch den DLC 2 gibt es ja ein neues... ...ähm... ...ja, neues Zaunzeug. ...womit wir... ...ähm... ...ja... ...das Pferd immer von überall her rufen können. Das wäre doch gar nicht so schlecht. So, wo sind wir überhaupt? Wir müssen nach rechts. So, einmal hier hoch. Oh shit. Das ist doch höher, als ich dachte. Ups. Naja, gut. Das wird er wohl schaffen. Zack. So, hier kann er stehen. Passt. So, wo will ich hin? Einmal hier rüber, wa? Gehen hier lang. Können wir gleich mal einen Pilz einsammeln. Vollmond ist auch noch nicht. Haben wir eigentlich schon einen komischen Typ mal gesehen? Ey. Der, weil Vollmond so durchdreht. Also beim Blutmond. Ich glaub nicht, oder? Das könnten wir ja nicht auch mal machen, wenn der... Oh. Wenn der Blutmond mal kommt. Hm, das hat mich entdeckt. Tschüssi. So. Hier irgendwo soll das sein. Glaube ich. Ja. So. Sieht schon cool aus, ne? So ein ganzer Bereich nur mit Bäumen und Nebel. Ein bisschen unheimlich. Wir einfach stumpfen mit dem Segel drüber weg. Du siehst auffällig aus, du kleiner Baum. Aber du hast das für uns. Was ist denn da schon? Ups. Ganz gerne hätte. Perfekt. So, das hier auch noch ein Maxi-Tur. Wow. 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 Moment. Wow. Er ist mal weg. So, ouch, ist da nicht furchtbar. Frosch. Mua, komm her. So, hier vermögen wir jetzt erstmal. Oh, oder er vermöbelt, yo, oh, die vermöbeln uns einfach, alter, was ist mit dem, oh nein, jetzt heilt der sich auch noch, alter Schwede, wow, das werden immer mehr, vermerkt ich mich? Irgendwie ist das unfair, was habt ihr jetzt davon, jetzt habt ihr mich mitgemacht. Autsch, okay, dann heilen wir uns nochmal kurz und dann jetzt in die zweite Runde, so. So, was macht man das? So, jetzt bist du drin, kleiner, mieser Drecksack, oh, guck mal hier. Uah, nein, ich wollte es doch aufheben. Ich durfte nicht. So. Was ist mit dir eigentlich hier? Auf nicht zu beschießen. Wow. Oh, ich hasse die Viecher, halt auch wegzuspringen. Das erste Mal eigentlich, dass die mich jemals damit beworfen haben. Das ist mir, glaub ich, vorher noch nie passiert, das Ding zu bewerfen. So, erst mal eins einsammeln, bevor noch irgendwas schief geht. Heutzfall. So, one on one, was ist mit dir? Komm her, traurig. Oh wow, ich geh einfach durch. Wo ist mein Schwert? Was ist das hier? Schwert, Gras, Maxi, Trüffel, perfekt. Moment, das noch was. Das war's wert. So, wenn der Typ jetzt nur nicht immer wegspringen würde, dann wäre er schon längst tot. Ja, ja. Weiß nicht. Das ist wieder sinnlos weg. Fischabhune. Das passt doch für dich, wa? So. So. Komm her. Drei. Drei. Keine Waffe. Tod. Endlich. Ich dachte schon, der trifft uns jetzt. Das wäre gar nicht gut. So, was haben wir hier? Wo sind wir überhaupt? Sind wir richtig? Ja, ich wollte eigentlich sowieso hier hin. sind wir schon Cool, cool, cool. Gut, dann gehen wir einfach mal lang Und tönen erstmal die da. Wie wär's? So, komm her. Gut, das war der. Obwohl ich das nicht wiederfinde, gleich einsammeln. Wow, wir den einfach zu Hause gelassen haben. Also, sterben lassen haben. Die setze ich schon wieder ins Lagerfeuer und lassen den Kumpel einfach kaprieren. Warum eigentlich nicht, ne? Kann man ja mal machen. Muss ja alles mal gemacht haben. Einfach sein Kumpel sterben lassen. Das passiert nicht jedem. Ups. So, das war der. Was soll's hier? Elsterland, weg damit. Ups, das war eigentlich nicht einsammeln, aber macht nichts. So. Ups, was war das? Ein Holzfall. Toll. Da hab ich mich beschießen lassen. Unglaublich. So, komm mal her. Wow, wir sind leicht. Nicht direkt. Ach, egal. Na, komm. So, und noch mal. Weil wir Spaß dann haben. Die Bocklins werden gemobbt. So soll ich den Partner nennen. Wollte ich wahrscheinlich eh nicht tun. Wo will ich hin? Genau, hier. Einfach weiter. Ist hier noch was? Nö. Bin ich richtig? Nö. Ich renne schon wieder falsch rum. Ich will da lang. Was ist das hier eigentlich? Ich glaube, wir müssen das eigentlich hochklettern. Ich glaube nicht. So. Wo kommen wir überhaupt an? Hm. Irgendwie? Nirgendwo. Ich will weiter nach rechts. Ich will eigentlich wirklich in diese Richtung. Dann gehen wir da einfach lang. Was soll schon passieren? Außer wir sterben. In den Abgrund fallen. Oder sonst irgendwas mit uns passiert. Aber ansonsten. Nicht viel, ne? So. Hoch da. Denken wir haben keine Zeit. Wir wollen eigentlich noch einen Schrein finden. Wovon ich mir fast sicher war, dass er da sein müsste. Naja. Vielleicht finden wir ihn ja noch. Dann machen wir ihn im nächsten Part fertig. Ist ja auch was cooles. So. Wollte ich hier hin? Wow. Jetzt greif ich nämlich von da schon an. Naja. Geil. So hat mich eigentlich von da nicht beschießen können, oder? Das sind aber schon ein paar viele. Alter, was ist das mit denen? Dann. So. Komm mal her. So. Das war die Lanze. Jetzt kommt mal alles weg hier. Zack. So. Komm mal her. Jetzt ist der nächste. So. Das war der. Das war eine Flirt. Lass mich in Ruhe. Ach. Er hat mich denn jetzt erwischt. Wow. Wer beschießt mich denn? schon fast ein bisschen zu viel hier, ne? Kann ich nicht anders sagen. Ja, ja. Weiß ich. So. Das war der. Ja. Perfekt. So will ich das haben. So. Jetzt brauche ich nur noch einen anderen Bogen. Hier. Die Schrottbögen. Kann man auch mal verschwenden. Das ist ja schon ganz witzig, ne? Zack. Da haben wir, Kerl. Oh. Jetzt kommt ein Nachkampf. Noch besser für uns. Aber klar. Aber ist mir egal. Ist ja gut. Halt damit. So. Das ist mit dir eigentlich nie in Ordnung, Junge. Zack. Zack. So. Jetzt kommt er her, ne? Genau. Das wollten wir doch. Zack. Perfekt. Noch irgendwer, der auf die Fresse haben will. Irgendwer? Da hinten. Perfekt. Ja. Noch mehr Pfeile für alle. So. Komm mal her. Oh. so, den haben wir auch fällt es runter, aber wir müssen natürlich auch na gut, das kriegen wir auch noch hin holen wir uns die Sachen weil so oft glaube ich haben wir sonst nicht die Chance, oder? ich weiß es nicht so, aber ich bin glaube ich da, wo ich hin wollte genau, nämlich da hin wie man sieht, sieht das schon aus wie so ein Schlangenkopf auf jeden Fall sieht man diese Reißzähne hier da hinten ist auch schon was drin perfekt, aber bevor wir den Typen da töten stellen wir uns in die Sonne und wenden wir heute den Part ja, und dann bis zum nächsten Mal ciao